Während eine chronisch erhöhte Kalorienzufuhr mit negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in Verbindung gebracht wird, hat auf der anderen Seite eine Kalorienrestriktion, also eine kontinuierliche Reduktion der Kalorienzufuhr, bei verschiedenen Modellorganismen eine gesundheitsfördernde und sogar lebensverlängernde Wirkung gezeigt. So konnte man bei verschiedenen Spezies, wie Mäusen, Ratten, Hunden bis hin zu Rhesusaffen, eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer erreichen, wenn die Kalorienzufuhr um 10-50% im Gegensatz zu einer Ernährung ad libitum reduziert wurde. Die Auswirkungen auf den Menschen sind weniger gut erforscht, genauso wie die genauen Mechanismen der Langlebigkeitseffekte. Um die positiven Effekte zu erreichen, werden immer wieder Alternativen zu einer kontinuierlichen Kalorienrestriktion diskutiert, die leichter zu handhaben sind. Dabei stehen neben sogenannten Mimetika, welche die Effekte der Kalorienrestriktion pharmakologisch nachahmen sollen, auch verschiedene Formen des Intervallfastens im Raum. Es gibt jedoch Zweifel an der Sicherheit und Effizienz dieser Methoden, insbesondere bei gesunden Menschen, da die meisten Studien an übergewichtigen Teilnehmern mit oder ohne Typ 2 Diabetes durchgeführt wurden. Um diese Lücke zu schließen, hat ein Forscherteam der Universität Graz, rund um Dr. Slavin Stikovic, die Auswirkungen des Intervallfastens auf kardiovaskuläre Gesundheitsparameter wie den Blutdruck, den Cholesterinspiegel und die Körperzusammensetzung untersucht und auf Grundlage dessen sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit der Intervention bewertet. Die daraus resultierende Studie wurde im Fachjournal Cell Metabolism veröffentlicht und hat interessante Ergebnisse hervorgebracht, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Klären wir dafür aber zunächst die Methodik der Studie. Es handelt sich um eine Kohortenstudie mit einer angeschlossenen, randomisierten, kontrollierten Studie an gesunden, normalgewichtigen Personen. Von den insgesamt 90 Teilnehmern hatten 30 schon vor Studienbeginn mindestens 6 Monate alternierend gefastet. Sie wurden im Hinblick auf zahlreiche Gesundheitsparameter untersucht und mit der Kontrollgruppe aus den übrigen 60 Personen verglichen. Nach Abschluss dieser Analyse wurden alle Teilnehmer der Kontrollgruppe in die anschließende, randomisierte, kontrollierte Studie übernommen. Die 60 Teilnehmer wurden randomisiert in zwei Gruppen mit je 30 Teilnehmern eingeteilt. Die erste Gruppe behielt ihre Ernährungsgewohnheiten als Kontrollgruppe bei. Die andere Gruppe ernährte sich für vier Wochen nach dem Konzept des alternierenden Fastens, bei dem es darum geht, jeden zweiten Tag zu fasten. An den Fastentagen wurden die Teilnehmer angewiesen, auf jede Form der Kalorienaufnahme zu verzichten. Auf feste und flüssige Speisen und kalorienreiche Getränke. Nur Wasser und ungesüßte Tees oder Kaffee waren erlaubt. An den fastenfreien Tagen durften die Teilnehmer hingegen nach Belieben essen und so viele Kalorien zu sich nehmen, wie sie wollten. Schauen wir uns jetzt einmal die Ergebnisse an. Um die Größe eines eventuellen Kaloriendefizits in der Fastengruppe und der Kontrollgruppe zu bestimmen, hat man die wöchentliche Kalorienaufnahme über Ernährungsfrequenz-Fragebögen erfasst. Dabei wurde festgestellt, dass die Fastengruppe 37,4% weniger Kalorien zu sich genommen hat. Die Fastenden haben also an den Nicht-Fastentagen zwar mehr gegessen als sonst, im Wochendurchschnitt aber trotzdem 37,4% weniger als vor der Intervention. Bedeutet, die fehlende Kalorienzufuhr an den Fastentagen wurde nicht vollständig durch eine erhöhte Kalorienzufuhr an den übrigen Tagen kompensiert. Angesichts dieses Ergebnisses und der einfachen Richtlinien schlussfolgern die Autoren, dass das alternierende Fasten einen einfachen Weg darstellt, um zumindest bei normalgewichtigen Menschen ein Kaloriendefizit zu erreichen. Folglich konnte man auch eine signifikante Reduktion von Körpergewicht und Fettmasse in der Fastengruppe beobachten. So haben die Teilnehmer nach den vier Fastenwochen durchschnittlich ca. 4,5% Körpergewicht und 9% Fettmasse verloren. Trotz der signifikanten Gewichtsreduktion in der Fastengruppe hat sich keine Veränderung der Insulinsensitivität gezeigt. Als Grund hierfür vermuten die Autoren, dass die Teilnehmer gesund und normalgewichtig und somit schon so Insulinsensitiv waren, dass es kein Potenzial mehr für Verbesserungen gab. Kennzeichnend für längere Fastenphasen ist eine erhöhte Konzentration von Ketonkörpern im Blut, in Folge einer Anpassung des Energiestoffwechsels, weil Ketonkörper als Energiesubstrate unter Nährstoffmangelbedingungen dienen. Daher ist es wenig überraschend, dass in der Fastengruppe nach den vier Wochen erhöhte Ketonkörperspiegel gemessen wurden. Gerade diese Stoffwechselumstellung von der Kohlenhydratverwertung auf die Fett- und Ketonoxidation macht das Fasten wertvoll, weil sie die Fähigkeit des Körpers, die Substratoxidation schnell anzupassen, bekannt als metabolische Flexibilität, fördert. Zudem werden Ketonkörpern kardioprotektive Eigenschaften zugeschrieben. Bemerkenswert ist, dass die erhöhten Ketonkörperspiegel an Nichtfastentagen festgestellt wurden, was für einen anhaltend erhöhten Ketonkörperstoffwechsel spricht, der durch das rhythmische Fasten angeregt wurde. Auch auf kardiovaskuläre Gesundheitsmarker hatte das Fasten Einfluss. So hat sich der systolische und diastolische Blutdruck der Teilnehmer verbessert, genauso wie die Herzfrequenz. Folglich ist der sogenannte Framingham Risk Score gesunken, welcher das Risiko in Prozent angibt, in den nächsten zehn Jahren eine kardiovaskuläre Erkrankung zu entwickeln, und zwar um 1,416 Prozent, und das bei gesunden Probanden nach gerade einmal vier Wochen. Insgesamt haben die vier Wochen des alternierenden Fastens begleitet von einer Kalorienrestriktion bei den Teilnehmern positive Wirkung gezeigt, in Form einer Reduktion des Körperfetts und einer Verbesserung kardiovaskulärer Gesundheitsmarker. Zur Erfassung langfristiger Wirkungen wurde wie eingangs erwähnt vorangegangen eine Kohortenstudie an Teilnehmern durchgeführt, die mindestens sechs Monate alternierend gefastet hatten. Dabei haben die Teilnehmer eine ähnlich große Kalorienrestriktion erreicht, wie die Teilnehmer der vierwöchigen Fastenphase in der randomisierten, kontrollierten Studie. Sie haben durchschnittlich 28,56 Prozent weniger Kalorien zu sich genommen. Im Einklang mit den Auswirkungen des vierwöchigen Fastens haben sich bei den Teilnehmern kardiovaskuläre Gesundheitsmarker verbessert. So wurde zum Beispiel eine niedrigere Herzfrequenz festgestellt. Im Gegensatz zu der vierwöchigen Intervention konnte man bei der langfristigen Fastengruppe zusätzlich Verbesserungen des Lipidprofils beobachten. So hatten die Teilnehmer niedrigere Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceridwerte. Gleichzeitig haben sich auch langfristig keine Nebenwirkungen eingestellt. Typische Nebenwirkungen einer Kalorienrestriktion sind ein Rückgang der Knochendichte und der Immunfunktion. Es konnte jedoch keine signifikante Veränderung der Knochendichte oder der Immunzellzahlen im Vergleich zur Kontrollgruppe beobachtet werden. Weder nach den vier Wochen noch nach den mehr als sechs Monaten. Aus diesem Grund schlussfolgern die Autoren, dass Alternieren des Fasten bei gesunden, nicht übergewichtigen Personen eine wirksame und sichere Alternative zu einer Kalorienrestriktion darstellt. Nachdem wir die Ergebnisse besprochen haben, möchte ich jetzt die Aussagekraft der Studie bewerten und auf ein paar Punkte eingehen, die ich kritisch sehe. Zunächst muss man aber positiv hervorheben, dass im Gegensatz zu vielen anderen Studien normalgewichtige bzw. nicht-alipöse Probanden herangezogen wurden, sodass man auch Effekte erfassen konnte, die nicht ausschließlich auf die Normalisierung des Körpergewichts zurückzuführen sind. In Bezug auf die vorangegangene langfristige Kohortenstudie muss man erwähnen, dass Beobachtungsstudien im Allgemeinen nicht dafür geeignet sind, eine Kausalität zu belegen, weil Veränderungen der Messwerte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein können, die sich gegenseitig bedingen, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelauswahl, Mahlzeitenfrequenz oder Bewegung. Hierfür sind randomisierte Interventionsstudien erforderlich, weil sich die unbekannten Faktoren meist gleichmäßig auf die Zufallsgruppen verteilen. Beobachtungsstudien können lediglich Hinweise auf einen kausalen Zusammenhang liefern, wenn die Ergebnisse verschiedener Studien konsistent sind und eine starke Assoziation beobachtet wird. Man kann die Ergebnisse deshalb nicht mit Sicherheit allein dem Fasten zuschreiben. Anschließend wurde zwar eine randomisierte kontrollierte Studie durchgeführt, allerdings mit einem eher ungünstigen Vergleich. Denn als Kontrollgruppe wurden Personen mit unverändertem Ernährungsverhalten gewählt, während die Fastengruppe ihre Kalorienzufuhr reduziert hat. Da die Kontrollgruppe also nicht ebenfalls eine Form der Kalorienrestriktion durchgeführt hat, sind die ermittelten Effekte nicht zwangsweise auf das alternierende Fasten zurückzuführen, sondern auf die Kalorienrestriktion als solche. Es wäre eine Kontrollgruppe erforderlich gewesen, die durch eine andere Form des Fastens oder eine klassische Diät das gleiche Ausmaß an Energiereduktion erreicht, damit man die Fasteneffekte isolieren kann. Es gibt nämlich keine eindeutigen Belege dafür, dass das alternierende Fasten Vorteile gegenüber einer herkömmlichen täglichen Kalorienreduktion bietet. Von Vorteil ist es natürlich trotzdem, wenn es dabei hilft, ein Kaloriendefizit so zu erreichen, dass dieses auch langfristig durchführbar ist und zu einer nachhaltigen Reduktion des Körpergewichts führt. Hieran bleiben jedoch berechtigte Zweifel. So hat eine randomisierte, kontrollierte Studie an übergewichtigen Probanden über ein Jahr gezeigt, dass alternierendes Fasten auf mittlere Sicht mehrheitlich nicht durchzuhalten ist. So lag die Abbrecherquote bei den alternierend fastenden Probanden bei 38% und war damit deutlich größer als bei den Probanden, die eine herkömmliche Diät durchgeführt haben. Letztlich hängt das aber auch von der individuellen Situation ab. Deshalb gibt es meiner Ansicht nach keine allgemeine Empfehlung für eine bestimmte Form des Fastens bzw. der Kalorienreduktion. Wenn du jetzt mehr zum Thema Intervallfasten erfahren möchtest, schau dir gerne die entsprechende Playlist von mir an. Dort findest du alle Videos, die ich bereits zu dem Thema hochgeladen habe. Unter anderem zu den Vor- und Nachteilen oder den Getränken, die beim Intervallfasten erlaubt sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!